Musik So hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Pokémon Und ihr seht auch schon, unser Greg macht sich einfach prächtig Der jetzt Donald heißt und 15 Jahre alt ist, der ist über Nacht 15 Jahre alt geworden Das muss man den Leuten im Pokémon lassen So schnell wachse ich nicht Guck mal, da haben wir wieder ein kleines Readle, was sich gerade an unseren Bären ernascht Dieses werden wir auch wieder gleich töten Und ihr habt jetzt gleich sofort gesehen, was mit so einem Pokémon passiert Abra, sofort abhauen So funktioniert es natürlich auch So ein Pokémon würde ich dann auch nicht töten Beziehungsweise es wird schwierig Genau und wir haben ja beschlossen, dass wir noch ein paar mehr Gebäude bauen wollen Wir haben ja schon mal die Farm, was eigentlich ein großer Check ist Weil die Farm eigentlich ziemlich cool ist Aber als nächstes wollen wir auch noch ein paar andere Gebäude bauen Zum Beispiel ein Pokémon Labor Oder auch ein Pokémon Ähm Fossil Ähm Museum Weil es gibt ja ein Pokémon Fossilien, wie wir erfahren haben Allerdings haben wir noch keins Und natürlich noch einige andere Dinge Die wir auf jeden Fall noch machen wollen So und dafür brauchen wir natürlich auch ordentlich Platz für unser in unserem Pokémon Dorf Und wie geht das? Was kann man da am besten machen? Genau, einfach Bäume fällen Das ist einfach das einfachste, was man machen kann Sonst haben die Leute schon im Mittelalter gemacht Da haben sie schon erkannt, okay Wir brauchen irgendwie Platz Äh, überall ins Wald Wo nehmen wir den Platz her? Hä, warum fällen wir nicht einfach die Bäume? Und so hat man es dann gemacht Ne? Zum Beispiel weiß ich noch, damals im Mittelalter war das ja so Da gab es den klugen Spruch bei Gewitter Eichen sollst du weichen Buchen sollst du suchen Und auf diesen Spruch hin Hat dann der Papst angeordnet In ganz Deutschland Oder dann, das war Halbdeutschland Ähm Das war ja früher ein großer Eichenwald Hier gab es ja sehr viele Eichen in Deutschland Hatte dann angeordnet Ähm Die ganzen Eichen in Deutschland zu fällen Jedenfalls Naja, sehr viele, ne? Und so kam es, dass dann Deutschland Ähm Dass wir dann, ja Quasi nur noch Buchen hatten Oder sehr viele Buchen Denn natürlich Es gibt ja immer noch Tannenbäume Und alles mögliche Nasebäume meine ich Ne? Aber, ähm So kam es dann halt Dass es dann viel weniger Eichen gab Und viel mehr Buchen Wobei es natürlich auch Quatsch ist Wenn man jetzt Ähm Wenn es jetzt blitzt draußen Und gewittert Dann ist es ja egal Unter welchen Baum man steht Es kommt halt immer auf die Höhe an Und nicht da auf die Beschaffenheit des Holzes Das war halt so ein Ja, ein Spruch von damals Was man so gesagt hat Ich weiß auch nicht, wie die da Darauf gekommen sind Da bin ich jetzt überfragt Das lässt sich aber bestimmt bei Google finden Auf jeden Fall Fand ich das auch schon ziemlich witzig Damals Also als ich das gehört hatte Habe ich mal darüber nachgedacht Und das war eigentlich schon ziemlich witzig Ich stelle es mal vor Irgendjemand sagt auf einmal Ja, Sonnenblumen sind böse Ähm Dämonen und so Und auf einmal wird angeordnet Im ganzen Land die Sonnenblumen Zu vernichten Ist das nicht blöd? Naja, also heute wird sowas nicht mehr passieren Heute kann es eher vorkommen Dass man sagt Okay, alle Eichen im ganzen Land Sind vom Borkenkäfer bedroht Der alle Pflanzen und Menschen vernichten wird Ähm Wenn wir ihn nicht fällen Und dann würde man das machen Aber Wenn jetzt keine Seuche oder Epidemie ausbrechen würde Würde man sowas nicht machen Weil man halt an diesen Aberglaube Von damals halt nicht mehr glaubt Also die meisten jedenfalls Es gibt bestimmt immer noch welche, die sagen Eichen sollst du weichen Buchen sollst du suchen Kann ich mir gut vorstellen Ne Und vielleicht hat das ja auch ein bisschen Wahrheit Wer weiß Aber auf jeden Fall Ich würde jetzt nicht den ganzen Wald fällen Nur weil mir irgendjemand Angst macht Mit Eichen sollst du weichen Buchen sollst du suchen Dann haben sich ja ganz viele Buchen gepflanzt Naja So, wir wollen jetzt erstmal ganz viel fällen Wir wollen jetzt keine Eichen Wir wollen keinen Eichen weichen Wir wollen auch keine Buchen suchen Da es in Minecraft gar keine Buchen gibt Es gibt nur Eichen Und halt Birken Aber keine Buchen Voll schade eigentlich Naja, was schmeißen wir jetzt weg? Federn brauche ich nicht Damit wir halt wieder Holz aufsammeln können Naja, weil unser ganzes Inventar ist schon wieder voll So schnell geht das eigentlich Das glaubt man nicht Aber es geht wirklich ratzfatz Schneller als man denkt So, und wo ist denn unsere schöne Oh, nee, oder? Was machst du denn hier? Oh, ich hasse das Als wenn irgendjemand ein Viech in meinem Haus ist Ich mag das einfach gar nicht So, was haben wir denn hier? Joa Eisen brauchen wir gerade nicht Gunpowder auch nicht Das können wir alles da reintun Leafstone auch Birch auch Rhodes auch Na, okay, die können wir eigentlich drin behalten Weil wir sowieso noch welche droppen werden TMs Was soll ich damit? Ähm, Pokédex Lassen wir drin Dann kann man immer gebrauchen Okay, Eisen brauche ich jetzt auch nochmal drei Stück Da haben wir eine neue Ähm, Eisenachse machen müssen Wie ich hier gerade sehe Ein bisschen Holz können wir dann auch nochmal abladen Das Holz, das werde ich mal in die Baustoffkiste machen Die ich jetzt einfach mal hier in die Mitte definiere Baustoffkiste So, sage ich einfach mal Ähm, lege ich jetzt einfach mal so fest So, ganz spontan Tun wir alles mal hier rein Ne, den Achter, den lasse ich noch drin Den 64er tue ich raus Und den 64er tue ich auch rein Und den tue ich auch rein So Und dieses, aus diesem Dings hier werden wir jetzt Ah, ne, brauchen wir gar nicht mehr Wir können ja auch so Unsere Axt machen Wir hatten ja noch Sticks drin Aber egal, die lasse ich Ne, die tue ich dann hier rein So Super Gut, es hat mir zwei Äxte Die eine ist schon fast kaputt Und die andere Ist noch frisch So, und was mir jetzt gerade aufgefallen ist Seitdem wir das alles, ähm Abgeholzt haben Haben wir nicht nur Platz für Neues geschaffen Sondern auch Platz für neue Pokémon Das heißt, jetzt kommen noch mehr Pokémon hier hin Aber okay, das ist auch die Hauptsache eigentlich An Pokémon, an Minecraft Pokémon Dass wir Pokémon sind Die hier das Land bevölkern Solange sie nicht in meinem Gebäuden Und nicht in meiner Farm rumwurschteln Soll mir das egal sein Dann freue ich mich, solange sie im Wald anzutreffen sind Aber nicht in meiner Farm Und auch nicht in meinem Haus Dann stelle ich mal vor, ihr habt so ein Zimmer Und ihr wollt mal eure Privatsphäre haben Und auf einmal kommt da so ein kleines Tier auf euch zu Meinetwegen ein Hamster oder so Und dann, ja okay, Hamster geht ja noch Und auf einmal hüpft da so ein Eichhörnchen lang Und beobachtet euch die ganze Zeit Und ihr wollt dann Sachen machen, die dann privat sind vielleicht So Okay, hier sind überall Viecher Das ist echt gruselig Wir müssen mal unseren Dreck loswerden Das geht auch immer ganz leicht Immer wenn ich irgendwie Löcher sehe und Dreck dabei habe Weiß ich, es gibt eine Mission Der Dreck muss weg Und zwar hier rein In dieses Loch Dafür ist Dreck da Zum Aufschütten Also ich sehe in Dreck keinen anderen Sinn So Außer halt Dreckhäuser zu bauen Aber das Ja, das macht man auch nicht sehr lange So, die meisten haben ja ihr erstes Haus aus Dreck gebaut Mein erstes Haus war aus Holz Ob man es glaubt oder nicht Das war aus Holz, tatsächlich Da habe ich richtig lang gefarmt Und hatte dann irgendwann ein richtig schönes Holzhaus in Minecraft Wobei, naja Es war nicht ganz aus Holz Unten die Unten war die Landschaft aus Gras Dann war da noch so ein kleiner Teich drin Und da waren dann so Kakteen dran Und da war dann noch so ein Brunnen drin Der in die unterirdische Höhle führte Und noch so ein anderer Gang Der führte in so eine Mine Also es war ein richtig cooles Haus Ich kann mich leider auch nur noch dran erinnern Ähm Ich habe die Welt leider nicht mehr Habe ich ja damals gelöscht Welch ein Jammer Mir ist mal aufgefallen Die meisten haben irgendwie ihre erste Minecraft Welt gelöscht Was eigentlich echt schade ist Also falls ihr den noch habt Da haltet ihr auf jeden Fall auf Also Oh mein Gott Oh Mist Schwarze bei den Weißen Das ist nicht gut Müssen sofort eliminiert werden Das ist echt nicht gut Das war ein Versehen Okay kann man nichts machen Müssen jetzt eliminiert werden Das ist ja nicht gut Dass sie sich hier kreuzen Aber ich glaube ich habe die aus Versehen Hier an die Reihen herangemacht Also das ist meine eigene Schuld Egal ich werde sicherheitshalber Werde ich hier alle Jünglinge töten Tut mir leid Jünglinge Hier müssen alle getötet werden Oh ja ein Schwarzer Okay ich komme jetzt leicht rassistisch Bären rassistisch ist das Aber naja So ist es halt Die dürfen Müssen alle in einer Reihe sein Sonst ist das doch kaputt Stell ich mal vor Auf einmal ist da so ein So ein anderes Farben da drin Bei den Bären geht das nicht Ist genauso wenn ihr jetzt Einen Garten habt Mit Tomaten Und auf einmal ist nur eine Gurke Oh das wäre schlimm Na eigentlich nicht Aber es wäre ja schon Wir wollen ja eine Übersicht haben Und deswegen Müssen die alle in einer Reihe sein Guck mal die Schwarzen gewinnen auch hier wieder Die Schwarzen Bären Guck mal wenn wir die jetzt alle pflücken Haben die gewonnen Also haben die nicht gewonnen Aber gegen die Weißen haben sie dann gewonnen Und die Weißen sind auf jeden Fall Letzter Ist ja auch klar Weil die einfach viel mehr Stil haben Die Schwarzen hier Und wenn wir mal schauen Ja haben wir schon genug Bären jetzt Müssen jetzt ungefähr über 20 Bären sein Und mit diesen über 20 Bären 25 Können wir das locker auffüllen Und was sagt ihr Es geht Tja passt perfekt So haben sogar noch welche über Es fehlen nur noch die Weißen Die jetzt noch ein bisschen langsam sind Aber die werden auch noch ihren Sprung machen Bis wir nur schauen dass er auch Oh die dürfen wir nicht liegen lassen Wer weiß was dann damit passiert Also immer gleich ins Inventar Und immer gleich damit weglaufen So dann haben wir schon fast das ganze Feld voll Das ist auf jeden Fall super Dann können wir auch mal wieder Uns unseren Bäumchen widmen Wo sind denn unsere Bäumchen Oh ganz viele Sepplings wieder Ihr seht schon wir können nachher Bäume pflanzen ohne Ende Können ganz komplett neuen Wald machen Äh wollen Müssen wir auch mal schauen Wir könnten ja auch sagen Okay ähm Eichen sollst du Weichen Birken sollst du suchen Kann ja auch sein Ah ich weiß jetzt wie die da rauf gekommen sind Einfach nur weil es sich reimt War wahrscheinlich so ein ähm Rapper von damals So ein Mittelalter Rapper Und der hat so ein Rapper gemacht so Yo yeah Eichen sollst du weichen Buchen sollst du suchen Yo Und dann daraus ist dann das entstanden Wer weiß Na okay vielleicht war es kein Rapper Vielleicht war es auch ein Dichter Aber ich wollte euch das nur halt in moderner Weise nahe legen Damals waren halt die Dichter so die Rapper von heute Das heißt Goethe und so das waren echte Rapper damals Und wusstet ihr dass der erste Rapper nicht aus den USA kommt sondern aus Österreich Es war nämlich Falco Falco war tatsächlich der erste Der so den oder Falco hat den Rap erfunden sozusagen Ob man es glaubt oder nicht Man denkt ja immer so amerikanischer Rap Der älteste Rap sowieso Die haben den Rap gemacht so Aber nein Falco war schon vorher da Also wenn man seine Songs von damals hört Das ist natürlich nicht irgendwie so ein Rap wie heute Aber es war schon so der Grundstein des Raps Finde ich jedenfalls Das ist meine Meinung Vielleicht sagt ihr Ne ist Falco ist auch kein Rap Aber müsst ihr mal schreiben was ihr darüber so denkt Apo von Falco Falco ist ein cooler Typ Wer den nicht kennt Sollte mal bei YouTuber eingeben Falco mit C Und dann Amadeus dahinter Ich denke diesen Song kennt jeder Ist einfach ein echt guter Song Er ist auch schon uralt Also der ist ja auch gestorben Falco Der war noch sehr jung Der ist irgendwie Ich glaube der hat einen Autounfall Ne Also es ist irgendwie immer so Die ähm Guten Sänger sterben immer irgendwie Ne Wenn man mal schaut Elvis ist gestorben Michael Jackson ist gestorben Falco ist gestorben Ähm Wer ist denn noch Whitney Houston ist auch Ja okay die war schon ein bisschen älter Aber trotzdem ist sie auch Naja sie war schon ein bisschen älter Adi Ähm James Dean ist auch früh gestorben Paul Walker Ne Also die Stars Manche sterben echt früh Wobei man jetzt auch wieder argumentieren könnte Naja es gibt viele Menschen die Früh sterben Es gibt auch genug Stars die uralt werden So könnte man auch argumentieren Was halt nur eine Minderheit ist Die halt ein bisschen aufhält Kann man argumentieren wie man will Ne So Aber ich werde Ewig leben Das haben sie immer gesagt Da gibt es auch einen Song zu von so einer Sängerin Aber die sage ich jetzt lieber nicht Die singt auch darüber Dass sie für immer leben wird Und so Und ähm Haha Naja aber So selbstfällig sollte man nicht sein Allerdings Lebt eigentlich jeder für immer Das so mal argumentiert Eigentlich lebt jeder für immer Und zwar in den Herzen seiner Mitmenschen Okay irgendwann ist jeder vergessen Aber Zum Beispiel so Leute wie Beethoven Kennt man heute noch Obwohl die schon 300 Jahre alt sind Okay vielleicht nicht ganz 300 Jahre Aber die sind schon uralt Oder Cäsar Der ist schon über 2000 Jahre alt Und man kennt die noch Ne Also sie leben weiter In Geschichten In Büchern In Filmen In YouTube Videos Wer weiß Also in allen möglichen Sachen Und halt in den Herzen der Mitmenschen Ne Aber okay Das ist auch wieder so ein Thema Darüber kann man stundenlang Philosophieren Ne Ich philosophiere ja gerne Über Sachen Ähm Aber das ist Kann man wirklich stundenlang Darüber philosophieren Wie man so will So So Apropos So Jetzt haben wir die ganzen Monster hier vertrieben Und heute bin ich gut gelaunt Und deswegen Werde ich heute mal Keine Schädigungsbekämpfung machen Sondern die Werden sich mal selber bekämpfen Okay das war es dann aber auch mit dieser Folge Minecraft Pokémon Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn sie euch gefallen hat Dann gebt mal wie immer einen Daumen nach oben Wenn sie euch nicht gefallen hat Dann einfach einen Daumen nach unten Und zum Abschluss der Folge Bitte ich euch jetzt zu entscheiden Welches Gebäude sollen wir jetzt hier Auf diesem planierten Gebiet bauen Schreibt es mir in die Kommentare Und ansonsten wünsche ich euch weiter Viel Spaß Macht's gut Und bis zum nächsten Mal